herzlich willkommen zu einem kurzen marktablet in den kommentaren wurde ich gefragt ob ich das mit den ungleichgewichten noch mal genauer erklären kann das möchte ich heute machen und zwar anhand eines beispiels am dax bevor es losgeht wie immer der obligatorische risiko und weiß vorab der handel mit cfds ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche geben wir direkt rüber zum deutschen leitindex und wir gehen mal runter in den tageschart ein ungleichgewicht entsteht wenn ein markt zu stark steigt oder fällt technisch gesehen bedeutet das also dass nicht alle orders ausgefüllt wurden und der kurs kommt daher meistens in den ursprünglichen bereich zurück und beim dax sah das wie folgt aus am vergangenen freitag wurde der index mit dieser kerze stark zurückgeworfen und dadurch ist eine art lücke entstanden und zwar zwischen dem schlusskurs vom freitag und dem eröffnungskurs vom donnerstag und um diese lücke zu schließen muss der index also bis zu dem niveau von 15 452 punkten steigen und durch das markieren des darüber liegenden hochs bei 15 15.578 punkten ergibt sich dann diese ja eingezeichnete range ob der dax in der zone wieder dreht oder das hoch nach oben durchbricht das lässt sich natürlich vorher nicht sagen aber darum geht es ja beim trading auch nicht sondern es geht vor allem darum auf die bewegungen am markt zu reagieren und wir gehen jetzt noch mal runter in den 15 minuten chart und schauen uns die reaktionen in der zone noch mal genauer an und zwar der markt läuft rein letztes hoch und dann werden wichtige kurzfristige unterstützung unterschritten es gibt die gegenbewegung und dann bewegt sich der markt nach unten wo ist das potenzielle ziel und zwar da wo der markt eigentlich herkommt also das ist das tagestief vom freitag und selbst wenn man jetzt einen schlechten einstieg erwischt hätte zum beispiel nach dem bruch ohne die korrektur zu handeln hätte man einen stop loss von knapp 50 pips und ein mögliche eine mögliche gewinn von 250 pips oder punkten so rum das bedeutet sie hätten chance risiko verhältnis von fünf zu eins oder ähnliches je nachdem wie man das ganze dann umsetzt so der markt ist natürlich fraktal das bedeutet dass mit den ungleichgewichten lässt sich natürlich auch auf die kleineren zeiteinheiten übertragen wir schauen mal bei der letzten abwärtsbewegung wie sich das sozusagen entwickelt hat es gab also den bruch unter wichtig und schützung und dann ist der markt nach dem hochpunkt hier drunter gerutscht hier gab es ein ungleichgewicht der markt wurde abverkauft durch den abverkauf entstand ein neues ungleichgewicht wo kommt der markt hin zu diesem ursprünglichen bereich er wird abverkauft dann gab es einen erneuten tiefpunkt ungleichgewicht abverkauf und hier gab es wieder ein ungleichgewicht aber jetzt werden eben wichtig widerstandsmarken oder unterstützungsmarken erreicht der markt erholt sich über das tagestief vom freitag es gibt einen retest und jetzt bewegt sich hat sich der markt eben wieder nach oben bewegt worum geht es heute vor allem es geht um die reaktion am gestrigen tages hoch weil hier würde sich jetzt eben entscheiden ob der markt wieder nach unten abdriftet um das tief zum zweiten mal zu testen oder es gibt den ausbruch nach oben um möglicherweise dieses hoch hier oben auszunehmen das war's von mir lasst gerne einen daumen da mehr analysen gibt es in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und auch schon mal ein schönes wochenende bis zum nächsten Mal